Hallo liebe Freunde! Habt ihr euch schon mal von Fischen beißen lassen, die im Land gewesen sind? Habt ihr schon mal Fische am Land gefangen? Also nicht am Land gestanden und im Wasser sie gefangen, sondern am Land gestanden und am Land den Fisch gefangen, der am Land gewesen ist? Der auch am Land bewusst gesessen ist? Nein? Ja? Vielleicht? Ich habe das gerade gemacht und zwar bei 12 Fischen und zwar Schleimfische. Ich bin gerade drauf gekommen, dass die auch am Land sitzen und zwar den Steinen beim Brandungsbereich. Die sitzen aber auch am Land, wo als erstes mal keine Welle hinkommt mehr. Das ist wirklich interessante Fische. Ich habe hier auch drinnen einen, der extrem aggressiv ist, der ihn schon zweimal gebissen hat. Ein interessanter Fisch. Die können sich sehr gut fortbewegen mit ihren Flossen. Ein wirklich schöner Fisch.